Erik Matthias Andersson ist ein schwedischer Handballtorwart. Karriere Andersson begann das Handballspielen bei Üstadziv HF. In der Jugend wurde er unter anderem von seinem Vater Thomas trainiert, der in den 1970er Jahren für die Handballmannschaft von IFK Malmö auflief. Matthias wurde im Alter von 17 Jahren erstmals in der Elite-Serien eingesetzt. 1999 schloss er sich Herker Drott an. Im April 2001 wechselte er zum FC Barcelona, um dort den verletzten Torwart David Barufe zu vertreten. Im Sommer 2001 unterschrieb er einen Vertrag beim deutschen Bundesligisten THW Kiel. Dort war er hinter Henning Fritz sowie später Thierry Omeyer jeweils zweiter Torwart. Er verlängerte seinen 2008 auslaufenden Vertrag beim THW nicht und wechselte zum TV-Großwaldstadt. Zur Saison 2011-12 wechselte Andersson zur SG Flensburg-Handewitt und erhielt dort einen Vertrag bis 2013, der bis 2017 verlängert wurde. 2014 gewann er mit Flensburg-Handewitt die Champions League. Für die schwedische Nationalmannschaft war er 123 Mal im Einsatz. Bei der Europameisterschaft 2000 in Kroatien gewann er den Titel. Außerdem war er im Aufgebot der Olympischen Spiele 2000 in Sydney, kam dort jedoch nicht zum Einsatz. Er spielte auch bei der Europameisterschaft 2010. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewann Andersson mit Schweden die Silbermedaille. Erfolge EHF Champions League Sieger 2007-2014 EHF Pokal Sieger 2002 und 2004 Europapokal der Pokalsieger 2012 EHF Champions Trophy Sieger 2007 Deutscher Meister 2002, 2005, 2006, 2007 und 2008 DHB Pokalsieger 2007, 2008 und 2015 Supercup Gewinner 2005, 2007 und 2013 Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London Europameister 2000 in Kroatien Zweite Platz bei den Scandinavian Open 2006 Silberjunioren WM 1999 in Katar Silberjugend-EM 1997 in Estland Bester Torhüter der Jugend-WM 1997 und Junioren-WM 1999 Bester Torhüter und wertvollster Spieler in der schwedischen Liga Erfolge